Der Patajunga 2 Weil er wird bei mir is not connected auf der Zeit Patajunga 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 2 So was Kampf raubt so alles Was Kampf raubt? Patajunga Von der Fähigkeit der Verschmitten in die Gegner reinfliegen Achso, Kalista töte mich Habt ihr schon gekillt? Was hast du denn mitbekommen? Ach, fein Was hast du denn mitbekommen? Das ist ein Invisible Frog Nein, ich bin grad ins Kite Und weiter Ja goddammit Für den Ulti hat's mal an jetzt nicht gereicht WTF Ah, da ist ein Pinkwart Mach mal hin Und da Und da Ignite man halt Uhuhuhu Boah, da ist leck der shit Wir machen mal den Blut auf Dann können wir ob ja dann halbiert Ja Wenn ich mal cool an Dann können wir einen in diesem Spiel Fuck off Dann kann der einen Skricks Dann kann der Skricks und der Skricks drohen ist gut Haha What? Hmmmm. Ich hab noch ein Red Buff. Hat sich der Flash doch ausgezahlt. Mhm. Ja, aber ich muss Hanlights im Suchen können, wir müssen zum Ulti draufetzen. Müsst du da was machen, Kimali? Ja, dein mit. Oh, shit. Puff. Schade. What the fuck? What? Ah, der ist da ausgekupft. Ja. Ja. Ist er fightet zusammen. Gaaah. Ähm. Ah, das ist ja K6, ja. Nice, Vega. Muuu. Ah, jetzt hat er noch ein Darm-Cansion-Projekt gefressen. Ah. Ähm. Ehm. G- Ehm. Chiarek. Vielen Dank.